Weniger werden, aber wir sind online, also da kommen welche. Was mache ich denn, wenn ich keine Wunder zusammenkriege? Dann muss ich morgen nochmal streamen, ne? Ab Donnerstag werde ich mal zu einer anderen Uhrzeit dann streamen, wenn das heute tatsächlich nicht klappen sollte. Eine wo dann... Warum legst du so viele Fackeln? Ach, das bin ich. Eine Seite umsonst? Was für eine Seite? Achso, wo Rezepte stehen. Eine Webseite ist nicht das Problem, sondern wir schauen halt gerade, oder ich schaue da nach einer Handy-App, damit ich das nirgends mal eben auf dem Handy mache. Mach nur ein Tablet auf und mach eine Webseite auf. Was ist denn das da oben? Und guck mal, das scheint eine ganze Mafia-Bande zu sein, von Leuten, die hier die exakt dieselbe App ins Netz stellen. Ja. Ja, unter verschiedenen Namen. Hier haben wir jetzt den Guide Plus for Terraria von TIG3R0UNZ, was auch immer das, Tigerons oder so, der eine App in exakt demselben Design hat, die auch wieder Geld verdient, damit man die guten Rezepte zusammen bekommt. Ja. Direkt mal Arsch verdienen. Sowas ist echt traurig. Und das ist wirklich traurig. Ob man nicht mit Werbung genug Geld mit Apps machen könnte, ja, dann solche, ja, Plattifien zu verfolgen. Ja, ich glaube, ich muss wirklich mal auf das Wiki-Internet zurückgreifen. Wo ich nichts bezahlen muss, um die ganzen Dinge zu sehen. Die Seite ist terraria-game-pedia.com Na, jetzt lege ich wieder Fackeln, ey. Was ist das? Was ist das, das da will ich haben? Ein Schneeblock. Eisblock. Oh, guck mal, eine Höhle. Ich muss auch zugeben, bei den ganzen coolen Sachen, die ich habe, fehlt mir irgendwie so, ah, so eine Axt einfach. So, jetzt brauche ich hier dann schnell meine Steine. So, jetzt sind wir LaFame los. Wieso, ist er weggegangen? Ich habe ihn einfach gehoert. Du weißt, schwarz! Die Seite ist auf Englisch, hmm. Ist ja auch nicht schlimm. Nee, ist überhaupt nicht schlimm. Habst du nicht mal eine Holz-Axt, die man nicht machen kann? Holz ist in der Kiste, falls du da drankommst. Lass den schwarzen Mann raus, lass den schwarzen Mann raus. Holz habe ich hier dem Ding hier gegeben, der unter der Erde stecken bleibt. Geh mal jetzt. Jetzt fangen wir da raus, endlich. Ach, verdammt. Geh hier, Kopf. So, jetzt brauchen wir nochmal Licht. So. Wie können wir das jetzt absichern, dass hier keiner bei uns... Hallo, Lords. Lord. Lord. Sammeli. Herzlich willkommen. Ey, ich kann uns einen Ofen bauen. Soll ich uns einen Ofen bauen? Bei uns einen Ofen kommen. So. Wo soll ich den Ofen hinsetzen? Komm, den Ofen packen wir hier hin. Ja, wir haben jetzt nur noch Platz. Oh, das ist immer ein schöner Ofen. Jetzt hängt das Spiel bei mir, weil du in den Ofen gesetzt hast. Das ist ein besonderer Ofen. So, jetzt mal gucken, was wir jetzt herstellen können. Ach, so, ich habe ja nichts mehr. Was habe ich denn jetzt hier? Verbrauchbar. Teleportiert mich nach Hause. Wie kann ich denn mein Zuhause setzen? Äh, das kannst du mit einem Bett setzen. Mit was? Einem Bett. Dinger, in dem man schläft. Ich habe doch kein Bett. Ich weiß, du hängst von der Decke, aber normalerweise schlafen Menschen im Bett. Ey, ich bin doch Winnie-Pooh. Guck mich doch an. Ich schlafe im Honigtopf. Aber für ein Bett brauchen wir noch ein paar andere Sachen anscheinend. Ja. Wo sind jetzt eigentlich die anderen hin? Ja, keine Ahnung. Auf der Map sehe ich jetzt nur noch rund drei. Vielleicht zocken die GTA? Weiß es nicht. Vorhin meinte ich, stand da unten auch, Niklas ist gestorben. Ja. Man sieht die Spieler gar nicht, die online sind, oder? Vielleicht sehen wir die nicht mehr, weil wir PvP anhaben und ein Team gewählt haben. Dann sind wir nur unsere eigenen Leute. Oh. Was ist denn das hier, ein Rüstungsständer? Also, der Ohne ist Jeff. Also, Jeff ist noch da. Jeff ist am Start. Ja, Jeff ist ja ein NPC. Ja, Jeff ist ein ganz cooler. Warum hast du hier so ein Loch gemacht? Das ist ein Plumpsklo. Du bist ein Plumpsklo, ey. Ey, nicht, ich mach doch gerade eine Treppe. Die roten sich bestimmt gerade irgendwo zusammen, ja, und dann kommen die gleich und wollen uns auf. Da läuft doch einer. Ach, das ist Jeff. Seit einem Jahr zockst du schon Terraria. Krass. Ich seit gestern. Naja, wobei, gestern zählt ja nicht, ne? Du hast gestern gezockt. Ich dachte, du stehst nur rum. Ja, sag ich ja, gestern zählt nicht. So, was kann man denn jetzt hier machen? Ich bin jetzt eine coole Sau und will jetzt hier so einen Elektrobohrer haben und so. Ja, da brauchen wir noch ein paar andere Sachen. Weil was brauchen wir denn? Ein Bett, da müssen wir auch noch irgendwas rammeln für. Weil ich kann nämlich noch kein Bett bauen. Du hast mein ganzes Holz. Ich geh jetzt erstmal nach oben Holz holen. Dazu mach ich aber PVP aus. Ja, wenn du mitkommst, lass ich sogar an. Ne, die sind so imba, da oben, die. Lass das PVP ruhig an. Im Zweifelsfalle komme ich vorbei. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Ich kann mich mit dem Spiegel direkt dahin teleportieren. Jetzt geht meine Blubberblase hier nicht mehr. So. Ah. Ne Blubberblase. Wie ein Glücksbärchen. Ja. Ich bin ja Winnie-Pooh, der Superbär. Wir sind ja hier auch in der Glubärchenzelle, ne? So. Da kommen die ganzen aus der Glubärchenzelle bis später. Wieder kommen die vergessen, ne? Und, was für Favoriten, da ich sehe überhaupt nicht, ob ich neue Favoriten, das ist voll doof, oder? Das konnte ich mir doch irgendwie anzeigen lassen. View. Highlights. Ne. Da liegt Holz, kannst du nehmen. Ach, ich wundere. Ja. Follower. Vor 34 Minuten, der Killer. Aber der war doch schon. Jetzt mal in die andere Richtung. Ich muss echt mal gucken, dass ich hier dieses Ding reinkriege. Wo man sieht, wo man anzeigen kann, wer einem gerade gefolgt ist. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Wen wundert's. Wen wundert's. So, und dann war ich hier drauf. Extras. Follower. Genau. Jetzt sehe ich nämlich, wer neuer Follower ist. Okay. Okay. Kommst du, Willipo? Ja, ja, ich krieg ihn nicht hoch. So, jetzt. Aber. Kopfnuss. Wo ist denn jetzt Holz? Ja, hier zum Beispiel. Warte, kannst du gar aufsammeln. Stell ich mal vor mir. Und für den Stern. Heisenberg. Heisenberg. Heisenberg ist weit, weit weg. Ich schaue gerade, wo die anderen sind. Hier sind wir immer mehr auf dem Server. Aber ich glaube, seitdem wir PvP angemacht haben, haben die sich jetzt irgendwo hier vergriffen und bauen uns hier ihre Hauptkarte hier. Diese Augen greifen einen an, ne? Ist so, glaube ich, auch blöd, dass wir nachts hier rumrennen, oder? Aber ich habe voll das Überbruch, oder? Oder sind die vielleicht nur hier unten in das Loch, was ich für Graben haben? Kommt da her, wenn ihr was wollt. Da kommen ganz viele. Da ist noch so einer. Mach mir mal ein bisschen Licht. Der Witz ist, ich sehe jetzt meinen Chef nicht mehr, ne? Oh nein! Oh nein! Oh, hilfst du! Kommst du mal zu? Hinter dir kommt was, Onko. Ja, halt mir doch mal den Rücken frei. Du bist gleich tot, ne? Deswegen ja. Achso, Niklas hat das Spiel verlassen. Stimmt ja auf jeden Fall. Dann ist ja eh nur noch die Bitch da, sonst. Ja, aber die sind alle noch auf dem TS, also machen die weiter anders. Würde ich sagen. Ja, dann sind wir jetzt hier mehr oder weniger alleine auf dem Terraria-Server. Bist du gestorben? Ja. Hast du irgendwelche Items, die ich dir klauen kann? Verloren? Schmarotzer! Nein, Wiederverwendung. Ich bin halt Öko und so. Ja. Hat mal gesehen, wie weit links du gegangen bist. Ja, ich hab dir doch geholfen. Das ist Flabber. Ich will Flabber. Nein. Komm her. Flabber will nicht sterben. Oh, ein Herz. Sehr geil. Du hast mir mein Herz geklaut. Ich weiß. Komm, da ist einer. Da ist einer. Ne, Bitch? Bitch, auf die Bitch. Toll. Ach, die Bitch ist noch da. Aber Bitch kann man nicht angreifen. Ich hab kein PvP hingeschaltet. Lampel Kupfermünze. Mochtest du nicht Holz? Ja. Ja, hier ist doch ein Ba... Ne, das ist kein... Da oben ist ein Baum. Da oben ist einer. Da kommen wir doch nicht hin. Ja doch, warte. Wir können auch hier links bauen. Warte. Da oben sind ganz viele Bäume. Ach, ne, das kann man hier oben. Doch. Warte. Weiß nicht, was ich hier baue, aber es sieht gut aus. Hm. Denn sie wussten nicht, was sie tun. Warum bist du jetzt da hochgekommen? Weil ich hab so'n Trank, damit ich doppelt springen kann. Hast du mir jetzt das Holz geklaut? Nein. Hast du mir doch gerade das Holz geklaut. Nein, nein. Wir brauchen irgendwie mehr Action hier. Was kann man denn alles in dem Spiel machen? Na, klärt doch mal einer. Ich blick das noch nicht. Man kann graben. Ja. Und gegraben werden. Ja. Also man kann angraben. Nee, kann man gar nicht. Aber man kann nur graben. Man kann aber nicht gegraben werden. Ach so. Man kann zu wenig angegraben werden. Aber das wird uns noch nicht passieren. Gut, gut. Da ist Flabber. Es gibt irgend so'n Plug-in oder so'n Vödel-Mobot, glaube ich. Dann kann man so Giffelways viel besser koordinieren, weil die Leute einfach dran teilnehmen können. Aber das habe ich auch noch nicht so ganz geblickt. Aber wenigstens leckt mein Stream nicht mehr. Das hat ja auch was Gutes, ne? Komm mal, Herr Heisenberg. Weißt du, der stellt sich einfach hier hin und sammelt das ganz old sein. Na toll. Er muss das wieder übertreiben. Echt? Dabei haben wir so schöne Dinger hier. Kommt er wieder mit deinem Sailor Moon. Lass Winnie-Pooh in Ruhe. Ich will auch so'n Zauberstab. Wie kriegt man den? Musst du Jeff fragen. Du sagst er nicht, ne? Ich glaube, der hat uns gemutet. Ich glaube auch. Hey, das ist mein Holz. Keinски. Ja, geht hier mit. Ich will alles abhac.